Die Digitalisierung verändert das Leben und Lernen und damit auch die Möglichkeiten und Aufträge der Erwachsenenbildung. Für die Erwachsenenbildung bedeutet das einen Bedarf an aktuellen Informationen und Hintergrundwissen zum Thema, an Austausch, Diskurs und gemeinsamer Entwicklung, aber auch ganz konkret an Werkzeugen und Weiterbildungen dazu. Erwachsenenbildung.at trägt dem mit einer eigenen Rubrik namens Digiprof Rechnung. Wir versammeln darin relevante Serviceleistungen zum Thema digitale Professionalisierung. Digiprof steht für digitale Professionalisierung in der Erwachsenenbildung und bietet Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildnern aus allen Tätigkeitsfeldern Informationen, Ressourcen und Services zum Thema. Begleiten Sie uns jetzt auf einem Streifzug durch die Unterrubriken von Digiprof auf erwachsenenbildung.at und lernen Sie die unterschiedlichen Angebote kennen. Unter erwachsenenbildung.at slash Digiprof finden Sie Informationen, Ressourcen und Services zur Digitalisierung für das gesamte Feld der Erwachsenenbildung. In der Unterrubrik Neuigkeiten werden aktuelle Themen und News rund um die digitale Professionalisierung in der Erwachsenenbildung für Sie multimedial aufbereitet. Beispielsweise stellen wir Ihnen aktuelle Projekte zum Thema vor oder berichten über neue Technologien oder Entwicklungen, die für die berufliche Tätigkeit relevant sein könnten. Darüber hinaus finden Sie in dieser Rubrik Kurzmeldungen und Ankündigungen zum Themenfeld Digitalisierung und Erwachsenenbildung. In der Unterrubrik Weiterbildungen können Sie Ihr passendes Bildungsangebot zum Erwerb und Aufbau digitaler Kompetenzen finden. Wir sammeln hier Online und Blended Angebote sowie Präsenzformate zur Digitalisierung, die speziell für Erwachsenenbildnerinnen geeignet sind. Mit der Kurssuche können Sie nach dem passenden Angebot für sich recherchieren. Suchen Sie zum Beispiel nach einem Online-Angebot ab Juli 2019, so wählen Sie beim Ort Online aus und geben beim Datum den 1.7.2019 ein. Klicken Sie dann auf Suchen. Schon werden Ihnen die verfügbaren Weiterbildungsangebote angezeigt. In der Mediathek finden Sie verschiedene Ressourcen, die für die digitale Professionalisierung in der Erwachsenenbildung nützlich sind. Die Inhalte stammen aus Forschung, Praxis und Bildungspolitik. In der Mediathek gibt es Videos, Audio-Podcasts, Folien sowie Textressourcen. Mit der Suche können Sie nach verschiedenen Medientypen suchen. Möchten Sie sich zum Beispiel alle Textressourcen anzeigen lassen, so wählen Sie unter Medientyp Text aus und klicken dann auf Suchen. Mit dem Suchfeld können Sie die Beiträge Ergebnisse auch inhaltlich einschränken. Wenn Sie zum Beispiel Teilhabe eingeben und auf Suchen klicken, werden Ihnen alle Beiträge zum Suchbegriff angezeigt. In der Unterrubrik Werkzeuge sammeln wir für Sie digitale Tools für die Lehrpraxis in der Erwachsenenbildung und stellen diese vor. Unter die präsentierten Werkzeuge fallen Apps, Technologien, Services bis hin zu Infrastrukturangeboten. Beispielsweise erfahren Sie in diesem Anleitungsvideo, wie Sie Padlet als virtuelle Pinnwand benutzen können und was Ihnen dies in Ihrem Arbeitsalltag bringt. Mit einem Klick auf Aktualisierung melden können Sie uns per E-Mail mitteilen, wenn Sie gute Werkzeuge kennen, die Sie mit uns teilen möchten oder wenn Sie uns auf neueste Informationen hinweisen wollen. Wenn Sie die Unterrubrik ebmuk besuchen, so finden Sie hier die aktuellen Informationen zum ebmuk bzw. zum ebmuk plus, dem großen offenen Online-Kurs zur digitalen Praxis für Erwachsenenbildnerinnen und Erwachsenenbildner. Sie können sich hier auf dieser Seite über alle Details informieren, zum Beispiel Module, Downloads, Kooperationsmöglichkeiten, Begleitgruppen und so weiter. Sie kommen hier auch zur Anmeldung für den ebmuk plus. Die Unterrubrik Webinare enthält alle Informationen zu unseren Webinaren und Online-Diskussionen mit Expertinnen und Experten zu aktuellen Themen aus dem Fachdiskurs der Erwachsenenbildung. Wir informieren Sie auf dieser Seite über unsere aktuellen Web-Talks und DigiTalks. Hier finden Sie auch alle Webinare zum Nachsehen, falls Sie einmal eines versäumt haben. Das Digiprof-Team wünscht Ihnen viele interessante und nützliche Anregungen und Hilfestellungen mit der Rubrik Digiprof. Das Digiprof-Team